Schmerzfrei aktiv, so gelingt der Sporteinstieg Sie wollen mehr Sport treiben? Folgende Tipps helfen, einen gelungenen Start hinzulegen. Denn jetzt ist besonders wichtig, haben Sie Geduld, beginnen Sie langsam und steigern Sie sich nach und nach. Grundsätzlich gilt für ein und wieder ein Steiger, nichts überstürzen und sich realistische Ziele setzen. Der Sport und die Einheiten sollten nach der körperlichen Fitness ausgerichtet werden. Bei gesundheitlichen Einschränkungen ist es wichtig, einen ärztlichen Keck-Ub zu machen. Für Menschen mit Übergewicht, Gelenkproblemen und chronischen Krankheiten eignen sich Bewegungsarten, die ihren Gesundheitszustand verbessern. Ausgebildete Sportkoches können helfen. Ideal zum Einstieg, zügiges Gehen, Radfahren, Ackergym oder Schwimmen. Schnellere Sportarten wie Jorgen oder Spinnen sind am Anfang meist zu anstrengend und belasten das Herz-Kreislauf-System. Entscheidend, wer sich regelmäßig bewegt, zwei bis drei Einheiten pro Woche mit Gravis 30 bis 45 Minuten, kann seine Fitness, Kondition und Muskelkraft verbessern. Vor jedem Training aufwärmen, anschließend stähnen. Wer sich gut vorbereitet, mehr Ausdauer und Muskelkraft entwickelt, hat ein geringeres Verletzungsrisiko, und die Übungen gelingen besser. Sonnengruß und Cobra, wer seine Beweglichkeit, Flexibilität, sein Gleichgewicht und die gesamte Körperhaltung verbessern will, für den eignen sich Sportarten wie Yoga oder Pilates. Gezielte Übungen wie der Sonnengruß oder die Cobra stärken die Muskulatur und den Bewegungsapparat. Ideal, um dem Alltag zu entfliehen, Stress abzubauen und Körper, Geist und Atem in Einklang umzubringen.